Heute zeigen wir Ihnen, wie sich die Mikrowelle auf die Seife auswirkt. Dazu zerlegen wir die Mikrowelle und entfernen das Magnetron daraus. Zur Kühlung haben wir einen Wasserschlauch zum Kühler geführt, damit dieser nicht überhitzt. Es ist wichtig. Beginnen wir mit Waschseife. Waschseife. Lasst uns. Normale Seife. Das Ergebnis ist ein Seifenmonster. Heiße. Gebrauchte Seife. CD versus Mikrowelle. Wer wird gewinnen? Funken. Die Scheibe wandelt wie eine Antenne Mikrowellen in Elektrizität um. Nicht zu Hause wiederholen. Mikrowellen sind nicht zu verachten. Die sich über die Scheibe ausbreitenden Wellen zeichnen solche Muster. DVDRW. Was machst du da? Woher? Was ist diese Kiste? Mikrowelle. Wem gehört das? Sie haben mich zur Reparatur gebracht. Für Reparaturen? Jawohl. Repariert? Ja. Schau dir die Scheibe an. Du gehst besser ins Haus. Nein, wir werden nicht gehen. Was ist, wenn sie getötet werden? Du hast keine Angst. Warum Angst haben? Und wenn die Muschel hier ankommt? Was ist, wenn es ins Haus fliegt? Hörst du das Flugzeug fliegen? Hörst du das? Das ist Bass. Das ist Luhansk. So lieben wir. Abonnieren, um nicht zu verpassen. Sie können sicher sein, dass wir sie nicht im Stich lassen. Wir haben noch tausende von Ideen. Auf unserem Kanal erwarten Sie grandiose Experimente und unglaubliche Entdeckungen. Klicken Sie auf die Glocke. Mein Keller. Unter solchen Bedingungen bearbeite ich das Video.